Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmerunde von... Ja, ne, äh, Call of Duty meets Battlefield of, äh, Cthulhu. Nein. Wah! Guck mal da, ein, äh, Call of Duty, Battlefield, Call of Cthulhu, äh, Zuschauer, ja. Entschuldigung, äh, war ne Lüge, ihr geht nur Minecraft. Ich, äh, sorry, false advertising. Hoppala, ja, da hab ich mich ja wieder ganz beliebt gemacht bei der Community, ne? Ah, ganz, ah, unangenehm. So, äh, ich schau mal ganz eben ganz kurz in die To-Do Buchführung. Gemeindehaus für NPC, ja, Lager, ja, Auto, ja, die Autobahn, jawoll. Und zum Kohlabbau, Hausbaumkranz, äh, Weg vom Baum zum Dorfabtragen, das ist neu hinzugekommen. Denn ich habe, äh, ja, Hut-Uwe schlagen und, äh, den Knast-Uwe zum Hühner-Uwe machen. Ja, das sind, äh, das sind alle so Sachen, die ich in der Kupi-Kupi ein bisschen herumprobiert habe. Ich würde sagen, aber, äh, die Autobahn, die kann erstmal ein bisschen warten. Denn, ähm, halt, ne, ich muss ja hier raus. Denn ich glaube, bevor wir diese, äh, Autobahn halt machen und das andere doof zu unserem anschließen, äh, wir, wir müssen erstmal ein paar Sachen generell machen. Eine schwierige Höhle. Oh, tschüss. Tschöne, guck, ich stehe. Hallo. Haha. Gib mir deine Klaue. Gib mir deine Knochen. Oder auch. Lass es einfach, ist mir auch egal. Oh. Geht gut los. Geht einfach gut los. So. Alter. Huch. Ist... Tama. Ach so. Ja gut. Ist jetzt auch nicht so besonders hier, aber... Da komm ich nochmal rein hier hin und dann haben wir das nicht mehr voll. Oh, dann nehme ich hier die Kohle. Ja, wobei... Ach, ich kaufe, komm, ich nehme die Kohle mit. Erstmal, damit ich wieder ein paar Fackel machen kann. So. Achtstück. Ja, okay. Ach, ich müsste wieder abmüllen. Oh Gott. Hilfe. Wo seid ihr? Äh, die waren aber ziemlich nah gerade. Hm. Egal. Ich habe auch mal schon mal ein paar Schoffeln gecraftet. Und, ähm... Ja, wie soll ich sagen? Ich war beim letzten Mal ein bisschen doof. Es scheint uns aber was ganz Neues, dass du mal ganz doof warst. Äh... Wegen unserer Diamant-Spitzhacke. Damit meine ich nicht Lucky Boy, sondern wegen, äh, ne? Also jetzt, jetzt nackig. Ich, äh... Ich habe ja irgendwie so gedacht, das war doch irgendwie eine richtig doofe Idee. Zumal, ne? Die goldene Spitzhacke mit Behutsam ist ja jetzt weg. Ich habe mir noch einmal Behutsam geholt. Und, äh... Wir werden das einfach nochmal rückgängig machen. Einfach... Warum auch nicht, ne? Ist ja halt, äh... Hm. Habe ich dann so im Nachhinein gemerkt, a la Shadow, das war doch irgendwie ein bischblöde, was du da gemacht hast. Keine Ahnung, warum... Warum ich dachte, es wäre so eine gute Idee. Äh... Meint ihr das? Falsche? Das ist das Richtige. So. Lass mal hier wieder ordnen. Ähm... Tutututututum. Okay. Ja, das war, wie gesagt, äh... Richtig doof. Weil wir... Wir brauchen die Kohle, Alter. Wir brauchen die Kohle. Und dann halt gleich auch ein bisschen mehr. Das Eisen, wenn wir wieder Eisenerz finden. Oder Roheisen. Äh, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Oh, sieht auch ein bisschen lediert aus. So, neig. Aber wir brauchen einen Namen für die Behutsamkeit, weil Huthi war ein bisschen blöde. Wir nennen unsere Behutsamkeit einfach, ähm... Hm. Scheiße, jetzt auf Spital auf irgendwelche Namen kommen. Das ist auch ein bisschen blöd. Ich meine... Behutsam heißt ja mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, dass wir... Oh, jetzt ist hier... Oh. Äh, warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Ähm... T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Das ist unsere Bootsamkeit Spitzhacke Rambo der Rabiator So Ist das doof einfach So, boah, den muss ich noch hier wieder dahin switchen Und wieder dahin Das ist ein bisschen blöde gemacht Dass das Bild dann einfach Hält, so Buch wieder ablegen Und Ja, das ganze Konstrukt, ich hab da schon mal schon ein bisschen Reingeritzt Oh, und hier schon mal angefangen Also das kommt hier alles weg Das hier alles Kommt alles weg Das wird alles eben gemacht Und Hier müssen wir uns ein bisschen von Von unserem Festland Trennen Alter, das werden Oder du Ah, okay Das hab ich noch Das war jetzt sehr schlau Also es werden ein paar Baufolgen Also Abtrag Folgen Werden Wobei Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht Ne, Moment Was mach ich denn da eigentlich Ich bin doch blöd Eigentlich Wollte ich doch Stimmt Ich wollte ja eigentlich Oh, ich bin ja ganz durcheinander Ich bin ja ganz schusselig Wenn der elf mal wieder zu viele Pläne hat Und einfach nicht mehr klarkommt Ich wollte ja eigentlich Erstmal das Gemeindehaus Anfangen Das Problem ist Das wird nicht reichen Wir brauchen erstmal Koppel Zum Abstecken Haben wir denn noch so viel Koppel Scheiße, weiß ich doch gar nicht Ich schau mal eben Das dürfte eventuell Vielleicht gerade so Ich hätte die Baupläne offen Ei, das könnte Könnte knapp werden Könnte ein bisschen knappig werden Zur Not, äh Gehen wir doch ein bisschen abbauen Das ist ja so Die Marke des Let's Plays Wir bauen einfach sehr ab Wir bauen sehr ab Wir bauen stark ab Mein Gott So, damit haben wir schon den ganzen Tag Wieder hier verplempert Von der Autobahn bis nach Hause Und dann Kurze Vorgaben Ei, 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 ei Okay, hier werde ich auch schon mal Mal ein bisschen Erde abtragen Einfach damit wir schon mal ein bisschen den Platz haben So Alter, wenn ich das tue Das Das Ganze wirklich die gleiche Ebene machen Das ist ein bisschen Oh, ich weiß ja nicht Weil es wird alles auf dieser Ebene Werden Von Hone Shit Das Das ist ja halt Unterfangen Habe ich eigentlich Ja, nee, doch Ich spiele gerade auf normal Hat mir ja kein Diskelet So ein Spinnis Ich bin aber auch überlegen Ob ich Ob ich das wirklich so Im Let's Play halt bringe Alter, ist das laut Ich mach mal bei mir Auf ordentlichen leise Ob ich halt wirklich so bringe Oder Ob ich sage Also ich mach das schon Im Let's Play Aber halt Ich mach dann Am Ende so einen Zeitraffer Dass man dann halt Einfach bloß noch sieht Dass Wann haben wir hier Vielleicht noch zufällig Mit Bett Hier ist keins Hier ist auch keins Ähm Ich würde gern mal Schlafen gehen Moment, ich würde gern mal Schlafen gehen Entschuldigung Ich ähm Ich muss mal eben Ja, da brauchst du mir jetzt nicht so Äh, äh, so da Äh, eins vorsäuseln Ich Entschuldigung Ja Danke Auch assig ey Die Leute müssen mich hassen Okay Wie war denn das Ich hatte ja So ein bisschen mit in die ganzen Beete hier reingebaut Ich mein It's a good thing Dass ich hier schon mal Eingefangen habe Aber Warte mal Das kann ich ja schon mal Weg machen Die kommen willst du und sie werde ich hier brauchen Also wie gesagt, ne Ich bin am überlegen, ob ich Wirklich dieses ganze Erde abtragen Ob ich das privat mache Wenn ich mal so ein bisschen Zeit und Bock habe Oder Ich nehme das ganze auf Und mach dann einfach einen Zeitraffer So Ähm Wie war denn das Eins Äh Oder eins Zwei Zwei Vier Fünf Sechs Sieben Eins Drei Nee Hieso muss ich jetzt hier Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Alles klar Dann machen wir einmal Den Und einmal Den Moment Doch Ja So So Ja Ja Das wird Das wird noch sowas Wie hübsch werden Nee Warte mal Nee Die Reihe ist ja geblieben Das heißt Ah ich bin ja blöde Moment 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 Eins Zwo Drei Vier Fünf Eins Zwei Zwei Vier Vier Oh ja Okay Okay Das heißt Eins Zwei Drei Wups Und hier ist frei Eins Zwei Zwei Okay 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 So Und so Hier kommen dann erstmal die Türen hin Das heißt Ich habe mich hier direkt schon verbaut Voll der Profi Ich kann dann nochmal Das Bild ein bisschen näher ran Drücken So Habe ich eine Axt Ich habe natürlich eine Axt Und ich werde sie benutzen Ich werde sie alles natürlich noch machen lassen Mahlzeit Ach hier Der Knast Uwe Genau Ein Auto gesehen Die Maus So habe ich ihn zu und zu trinken So krass ohne Zucker bin ich ja doch noch nicht So Dann Genau Eins Zwo Eins Zwo Eins Hier hin Dann Jetzt gibt es hier schon Oh Ganz prima gemacht Zack Zack Behalte ich Holzhacke Ja Mensch Habe ich denn hier alles für feine Sachen Ah den Schild behalte ich mal Die Rambo Rabiado Die pack ich erstmal wieder hier rein Das Ei kann hier rein Halt erstmal Das hier kann rein Und Und Boah Okay Eine Vergangenheit Schild Wie hast du die Schild gebaut Okay So Okay Wir haben die hier Dann Eins Zwo Drei Eins Zwo Drei Dann Ungefähr bis Hier war da Oder? Nee Hier Gut dass ich den Brun noch nicht abgebaut habe Weil sonst hätte ich den ganzen Mist jetzt zählen müssen Und da Das hätte jetzt gedauert Jetzt wieder Eins Zwo Drei Eins Zwo Drei Oh das wäre fast perfekt gewesen Das wäre fast perfekt gewesen Ah um eins habe ich mich verbaut Um eins habe ich mich verbaut Schade Okay das kommt alles weg Der bleibt doch stehen So Nee warte mal einen Moment Ich komme doch mal Okay ich stehe von hier Eins Zwo Drei Eins Zwo Drei Ja ne Moment Dören sie mich nicht Ich muss zählen Das beansprucht Alle meine kranen Zellen Ich stehe hier Eins Zwei Zwei Eins Zwei Drei Und dann ist das vierte Und dann kommt der Der hier dann Aber warum sind die ja schon Zwei Und auf den Bitte Habe ich die schon irgendwie In der Reihe weg gemacht Bin ich blöd Moment Ich habe ich Okay wir haben die hier Das 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 Dann eins Zwei Drei Eins Zwei Ach ich bin blöde Ein Ne So Eins Zwei Drei Ah Ja ne sorry Ich bin blöd Ich kann einfach nicht zählen Nevermind Es gibt einen Grund Warum ich nicht ins Baugeschäft Eingestiegen bin Ne Eins Zwei Drei Wupp Ne da ist dann Alter Vergangen Richard Du bist Ein Fuchs Hat er das gut gemacht Oder hat er das gut gemacht Siehst du Also Hälfte ist doch schon fast gemacht So ist das Ganze nur noch auf der anderen Seite Ähm Eins Zwo Drei Wupp Ja okay Das muss jetzt bis Ich sehe es nicht Okay von hier Zack 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 Und dann wieder Eins Zwo Drei Eins Zwo Drei Wupp Okay hier habe ich mich Sieht mal wirklich halt Um eins verbaut Vergangenheit Nichts kann er Nichts kann er Gut gegen Wunscher Das ist genauso Äh Wart mal Wie war das jetzt Eins Okay Kommt er hier weg Und das hier kommt weg Theoretisch müsste ich auch schon anfangen mit der Eisenfarm Aber Bei der weiß ich noch nicht ganz genau wo ich die hinpacken werde Denn in der Kupikubi steht die nämlich Da so Ist die hier Eingesiedelt Einfach weil es näher dran war Aber ich glaube ich werde die dann doch Woanders hinpacken Und mit dem Gemeinschaftshaus muss ich von Anfang an auch Anders rangehen Und ich darf auch nicht wirklich auf Ästhetik wirklich so hingehen Weil ich will nicht dass da die Die Doofis in ihrem Gemeinschaftshaus dann hier diese Kollegen dann Spornen Ja Ich rede mit dir Ich rede von dir Ich war jetzt wirklich versucht er ihn mal kurz zu schlagen Weil ich das in der Kopie gewohnt bin Einfach mal so Ja die meine ich denke Okay Ja 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 Das war nur ein Grundriss Jetzt muss ich doch mal ganz kurz Äh bis wohin geht denn das Ach bis Ach man bin ich gut dass ich hier mir kleinen Sachen gelassen habe Damit ich weiß bis wohin das alles geht Bis Oh bis hier denn also So Zack Da haben wir hier ein Eins Zwei Moment Eins Und zwei Aber äh Da ist schon wieder Da müssen zwei Platz sein Alter ich bin zu verwirrt Oh